Oh! Oh! Digga! Rapper! Ey, seht ihr wen? Ich seh hier irgendwie keinen. Ich seh hier auch keinen. Ich seh hier auch keinen. Aber hey, solange man mehr als eine Person getötet hat, ist es gut für die KD. Mhm. Schade. Auch. Digga Lektion. Je tiefer man taucht, desto besser taucht man. Danke, Jan. Merkst du mir? Seh ich nicht. Unser Fahrer ist ein Profi. Wie das Leben für Karin am Anfang war. Wenn ich meinen Charakter so in der Inventaransicht angucke, kann ich das nicht bestätigen. Ja, schnell! Schell! Schell! Schell, Jan! Schell! Schell, Hedrick! Schell, Hedrick! Schell, Hedrick! Mach Platz! Digga! Ist nicht dran, Karin. Doch. Soll ich wen abholen? Kannst du mich auch gerne holen, bevor die Zone kommt. Ja. Wo bist du überhaupt? Achso. Bist du Lil Nas, Alter? Ich wollt grad sagen, Jan hat mich irgendwie hart an Lil Nas. Anus' Faith! Anus' Everything I've Found! Digga. Kann man den einschläfern oder so? Was hast du selber losgeschlossen, Karin? Habe ich schon versucht. Not an Ass. Achso. Wie sonst also. Alter. Was war das? Alter, wer hat die ganzen 556er? Ah, jetzt geht meine Steuerung übrigens. Jo Henrik, ich glaube, der hier erweitert ist. Boah, ich habe so viel 556er-Munition, Digga. Maschinenbau kann ich nicht empfehlen. Okay, gut. Gut zu wissen. Ja, was studierst du denn? Maschinenbau. Soll ich noch eine zweite Panzerfaust mitnehmen? Weil du das machst, spiel ich nicht mehr mit dir.